Der Wahlprozess in Namibia ist sehr komplex. Ein logistischer und personeller Höchstaufwand. Die Bevölkerung nimmt es gelassen. Wählen gehen gilt in Namibia als wichtige staatsbürgerliche Pflicht. Der Wahlprozess in Namibia ist sehr komplex. Ja, mein Name ist Kerala und ich bin da wieder. Jetzt bin ich die Wähler. Ich bin hier offensichtlich. Ich bin hier offensichtlich. Ich bin hier sehr gut. Ich bin hier von Bonnfried. Es war wunderbar, wenn ich wähle. Und wirklich, Namibia ist ein schönes Land. Ich sehe die Wähler. Die Wähler sind großartig, die RDP und so weiter. Aber es ist gut, bis jetzt zu diesem Moment. Wir starten am 9 Uhr morgens. Und die Leute sind sehr gut. Es ist sehr gut in Namibia. Und ich liebe meine Lande sehr viel für das. Ja, basically, es gab keine Schmerzen hier. Die Sicherheit war sehr gut. Und die meisten von den anderen Stations finden wir zwei Polis. Polis, Männer oder Männer. Aber zumindest hier sind wir drei. Und wir sind alle sehr gut vorbereitet. Und ich denke, das ist die große Sache, die uns hilft, die Sicherheit unter Kontrolle zu halten. Insgesamt 11.300 Mitarbeiter der Wahlkommission Namibias waren im Einsatz. Neben der Identitätsprüfung soll Markierung mit ultravioletter Tinte doppelte Stimmabgabe verhindern. Musik Zusätzlich überwachten nationale und internationale Wahlbeobachter den Ohrengang. Vertretern aller Parteien wurde zudem die Möglichkeit gegeben, eigene Siegel an die Wahlornen anzubringen. In der Tat beurteilte schon lange vor dem offiziellen Wahlergebnis ein Gros der Beobachter die Wahl in Namibia zwar als langwierig, jedoch relativ verantwortlich. Frei, fair und glaubwürdig. Erst mit der immer längeren Wartezeit auf das Wahlergebnis kam es bei der Öffentlichkeit dann doch auch zu einigen Zweifeln an der Legitimität der Wahlen. Jisch sparer Alan1 mit der therapist An ungern 11.300 Beobachter 1 1 P 1